Aber wenn das echt so gedacht ist, Mann, 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 das ist ja saumäßig arg, gefährlich dann. Äh, nicht aufgepasst. Ah, schesse. Ah, lass mich in Ruhe. Ach, du bist doch ein Arschloch. Na gut. Dann kriegst du das so hoch. Ne? Weg mit dir. Was ist jetzt mit diesem komischen Vieh? Das hat keinen Bock mehr auf mich, glaube ich. Ah, scheiße. Du könntest ja mal einfrieren. So, schön eingefroren. Ja, wir müssen nämlich auch was anderes benutzen. Damit unsere Hauptwaffen ein wenig geschont werden. So. Ähm, zack. Zack. Da hinten ist schon wieder so ein Ding. Und da auch. Nein, der hat mich gesehen. Verdammt. Dann ist er jetzt tot. So. Oh, Arsch. Ne, nicht so. Vielleicht kann ich mir das so schnell ändern, dass er mich noch nicht sieht. So, Pam. Na klar. Na klar. Oh. Hat sich ja gelungen. Die Pistole. Hat ja nicht mehr viel gehabt, das Ding. So. Die sind exklusiv. Das weiß ich. Okay, dann haben wir wieder Shotgun Munition. Nehme ich sehr gerne mit. So. Was? Ach, da kommt schon wieder so ein dummes Fass. Jo. Und ne Pistole. Sehr geil. Wie oft will die brauchen, diesmal. In dem Level brauchen wir die echt ganz... Oh. Ganz oft. Ne, nicht den. Für den da. Es tut mir, du. Ja, ja. So. Jetzt haben wir noch schönes. Ich glaube nicht, dass ich hier schon hin will. Wenn wir hier erstmal das Ding holen. Ach, das ist ja schon wieder so ein Ding. Suck my Boomstick. Genau. Suck my Boomstick. Wahre Worte. Ah, das neue Epic Munition. Sehr schön. Okay. Und sonst ist hier jetzt nichts mehr zu tun. Scheint wohl nicht so. Oh. Doch, da ist so ein... Ich muss erst mal speichern. Und down. So. Gut, da kommen wir wahrscheinlich nicht hoch. Nee, eher nicht so. Gut. Ähm, dann gehen wir mal hier weiter. Und diese... Aua. Pipe Bombs mit. Du machst mal ein Abgangmittel. Das ist noch einer irgendwo. Oder? Oder? Oder war das der letzte Sound von dem noch? Ach, da kommt doch schon wieder einer. Ah, da ist doch schon wieder so ein dickes Vieh. Und dann gehen wir mal hier weiter. Okay. Okay. Und dann gehen wir mal hier rein. Okay. 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 Ich brauche das Ding. Ich liebe das, die Dinger zu schrumpfen. Das geht am einfachsten. Ein secret place. Warum? Was ist? Hä? Wo denn? Ist das Miststück? Ich will es direkt finden. Ah, ich habe dich gesehen. Was ist hier hinter? Was ist hier hinter? Zack. Perfekt. Dann haben wir hier alle secrets gefunden. Super. So, speichern wir das Ganze mal. Ach, mein Gott, verdammte Nase. Läuft schon wieder. Das ist doch zum Heulen. Gut, schau, sonst war ich nichts weiter. Ähm. Ja, aber warum war das jetzt ein secret? Was ist daran jetzt... Ja, ich bin so dumm. Einfach nur so, was von dumm. Ich wollte doch nur hier hin. So, jetzt sind wir hier. Okay. Na gut. Ich denke mal, wir müssen jetzt mal auf das Fördermann drauf. Äh, ja. Denke ich mal schon, ne? Oh, ich wurde gegriffen. Das muss doch wehtun eigentlich, ne? So rein theoretisch muss das wehtun. Wenn man so am Kopf gegriffen wird. Ja, und jetzt? Ich glaube, ich muss, ich muss Manuel weiter. Sonst tut sich hier nix. Uah. Ja. Und jetzt werde ich... Achso, jetzt komme ich eh hier hin. Gut. Naja, nimmt das scheiß Fass mal mit da. Obwohl. Das konnte ich jetzt nicht lassen. Das war einfach zu sehr nötig. Das ist das, ne? Dann wird jetzt auch mal ein Herz abgeführt und so. Ich finde, das ist genau richtig. Und wir kriegen hier Gegnerleaves. Und da ist ein Fass explodiert. Jetzt allerliebst. So. Zack. Normale Dinge. So. Ich weiß trotzdem nicht, wie lange ich schon aufnehmen. Nein, und fast muss ich das Ding nachher splitten. Es kann sogar sehr gut sein, dass ich das muss. Ich weiß es nicht. Hier sind schon wieder Boots. Wofür brauche ich diese scheiß Bootsdinger? Ich verstehe es nicht. Und da schwebt Blut in der Luft. Muss man einfach auch mal erwähnt haben. So. Vielleicht bringt das ja, wenn ich da reingehe. Vielleicht hat da... Oh ja, vielleicht hat das ja echt ein Bond, das hier. Vielleicht habe ich deswegen die Boots. Oh. Alter. Alter. Seht euch das hell an. Das muss ja richtig heftige Säure sein. Wie das abzieht. Ey, krass. Übel. Aber da muss ich anscheinend hin. Kann das sein? Hä? Wieso habe ich jetzt keine Boots gehabt? Der hat meine Boots nicht gespeichert. Gibst zu. Nee, ich glaube ich hatte keine. So. Dann müssten wir jetzt hier da unten eigentlich überleben, ne? Die ist eigentlich... Die Kraken sind eigentlich so am besten. Jo, jetzt überleben wir das. Nee, doch nicht. Hm. Das kann doch so nicht richtig sein. Ähm. Ach, wie war denn das jetzt noch? Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist eine Situation, die ich mich nicht mehr erinnern kann. Hm. Aber ich habe das Gefühl, dass ich da durch muss. Hm. Will mir nicht gefallen, ehrlich gesagt. Hm. Na gut. Vor allem zu allem Übel sind da ja auch noch Kraken drin. Aber ich... Ach, die Scheiße. Ich sehe, ich sehe... Ich sehe die Problematik. Wir müssen da schon schneller durch. Aber dann muss ich da hinten. Boah. Das ist echt bitter. Muss ich die Krake mal Krake sein lassen. Sonst sterbe ich da drin. Finde ich das zwar sehr ärgerlich, weil ich sie eigentlich gerne töten will. Aber bringt ja auch nichts, wenn ich da drin verrecke. Das ist ja der Wahnsinn, was das abzieht da unten. Naja, das ist ja heftig. Ist da drin auf jeden Fall irgendwo, ne? Vielleicht kriegen wir die ja so erwischt, aber ich bezweifle es. Wir haben jetzt 198. Ja, das ist ja so ganz bestimmt. Rechts in der Ecke. Ich glaube ja nicht, dass ihr entkommt. Ach komm, was ist denn das? Das fällt nach unten. Wir müssen da mal noch eine Rakete reinballern, glaube ich. Oh scheiße, meine Erkältung. Ja, aber ja. Die Schadenfreunde lässt grüßen. Ich habe das Ding erwischt. Von wegen, du entkommst mir. Hm, das hätte sie wohl gerne, die Krake. Oh. Ach scheiße. Ach, die Erkältung hat die Erkältung mit erwischt. Sehr schön. Sonst wäre es nicht so schnell gestorben. Zack. So. Ja, sieht ja ganz gut aus mit der Muni. So. Wieder damit schießen ein bisschen. So. Ich kam, ich sah, dass ich mich schraubt. Jupp. Das tun wir, Tup. Unlock. Was haben wir hier? Oh, Eier. Bam. So. Oh, das Miniz. Oh, cool. Ah. Da ist noch ein Battlelord. Ah, ich erinnere mich auf, Dann war das die größere Eierstunde. Noch, noch größere Eierstunde. Ah, ah. Ja. Ich hatte nämlich, eigentlich auch mehr Eier in Erinnerung gehabt. Dann habe ich sie jetzt hier gefunden. Ich stelle das so aus. Wenn ich jetzt auf diesen Schalter hier drücke. Was löst das aus? Das kann ich hier drücken. Na, Krakenschöten. Saubere Sache. Das war es anscheinend, ne? So. Na gut. Ist die Säure jetzt keine Säure mehr? Oder wie soll man das verstehen? Halt echt, wie es scheint. Hm, okay. So, ich muss mal eben Ja, ja, stimmt. Verdammt. Gut, das müssen wir anders machen. Ähm. Ja, ja, Mann. Wo ist der? Vorab. Nein. Lass es. Ah. Ich muss mal ganz schnell weg hier. Der Battle-Ort wurde geschrumpft. Ich denke mal, das wäre der dann auf dem Original-Spiel. Von daher gönne ich den Vorteil. So, weg mit dir. So. Diese ganzen Eier hier, ey. Übel. Voll so heftig, ne? Naja, die Eier sind echt heftig viel hier vertreten. Keine angenehme Stelle. So. Aber wir haben es geschafft. Es ist geil, dass der Battle-Ortel geschrumpft wurde von dem einen Vieh und wurde anscheinend noch zusätzlich von so einem Protosoid-Slimer aufgefressen, weil ich habe ja keinen so Ding getötet, ne? Finde ich gut. Hier ist auch ganz schön viel Schengah-Munition, stelle ich fest. Können wir die hier mal wieder einsetzen? Hier laufen aber immer noch solche Viecher rum. Ja, die Protosoid-Slimer laufen. Eindeutig beschlossen. Ne. Ich möchte gerne mit nach unten. Dankeschön. So. Ach, Kraken-Alarm. Handgranaten bringt da wohl wirklich nichts. Boah. Das hat immer schönen Effekt. Wow, wie krass. Da müssen wir da noch eine Rakete reinzimmern. Ah, hier ist das Ende des Levels auch. Okay. Ja. Was dann auch das letzte Level ist. So. Und. Dann habe ich das ja endlich überstanden, meine Erkältung hier. So. Wo ich dann auch sehr froh drüber bin, weil jetzt ist das ja schon wieder Säure. Ähm, weil dann ist kann ich meine Nase endlich da frei machen. So. Ah, hier ist noch einer. So. Alles muss tot. Ich muss doch auch noch irgendwo ein Hälften Ding sein. Gibt's doch gar nicht, Mensch. Ja, da unten. Cool. Aber ich vermute mal, dass ich da nicht so hole. Ich dachte, müssen wir schon. Ja, müssen wir da irgendwie anders hin. Irgendwie hin ohne. Aber es ist halt so. So, das Ding will ich noch haben. Hilfe werden wir sicherlich brauchen im nächsten Level. Wegen Endgegner und so. Ich denke aber, dass ich dieses Video tatsächlich splitten werden muss. Äh, ich muss, ah ja, hier war noch Friesrohrzeug, genau. Ich denke, ich werde das splitten müssen. Ja, doch. Vermutlich schon. Ich spiele schon eine ganze Weile. So. Hier war nichts mehr beschlossen. Hier war ja glaube ich gar nichts mehr. Wir brauchen hier auch gar nicht mehr zu suchen. Dann wird es auch so sein. Wir können ja mal nach oben. Irgendwo werden wir was finden. Wenn wir hier draußen was finden. Ich devastate, ne? der ist voll. Okay. Äh, vielleicht sollten wir doch nicht hier hin. Hier sind die scheiß Blitze wieder, ne? Ich glaube, ich gehe mal lieber wieder rein. Das könnte sonst gefährlich enden mit den blöden Blitzen. So. Hier muss doch noch irgendwo ein Pflaster liegen. Aber wahrscheinlich habe ich die schon alle mitgenommen. So schlecht wie ich letztes Mal gespielt habe, ne? Ja, das kann es natürlich haben. dass wir jetzt da den Salat haben. Das ist doch ärgerlich, dem so sein sollte. Muss doch irgendwo noch ein Pflaster sein. Anscheinend nicht. Na gut. Es scheint wohl nichts zu sein. Obwohl, ich habe noch eine weitere Möglichkeit zu gucken. Hier geht es ja irgendwo noch hin. Vielleicht einfach nachträglich nochmal so umkippen. Das ist auch lustig. So. Ah, hier. Wer sucht, der findet. So. Siehste, man muss nur hartnäckig bleiben, dann fehlt man auch sein Pflaster. So. Sein wohlverdientes Pflaster. 285 Monster mittlerweile. Das ist ungewöhnlich viel für Duke. Ne, was will ich denn jetzt hier schon wieder hier wieder völlig verkehrt. Ich muss doch hier drüben hin. Nein, muss ich nicht. Hier muss ich hin. Ich will da nicht hin. Ne. Ich werde den normalen Weg gehen müssen. Ne, hier nicht. nicht. Wir müssen an der Seite wieder rein damit wir einen kürzeren Weg haben. Wo war das hier? Dann befördere mich mal nach oben bitte. Ach, dann muss ich da wieder durch die Säubere Pumpe durch. Das will ich jetzt nicht. verdammt. Ich glaube nicht, dass ich das will. Äh, nein. Ich denke nicht, dass ich das will. Muss ich denn dahin, dass ich dann erspart bleibe hier, ne? Ja. Ich denke nicht, dass ich da noch mal durch will. Nein, ich glaube nicht. Das ist mit das Schiff bequert. Okay, so, müssen wir jetzt hier runter. Zack, das Ding hier mitnehmen. Jo, speichern. Aber ich finde es immer noch cool, dass der Battle Road geschrumpft wurde. Das ist perfekt. Ja, dann war es das mit dem Level. Wir tauchen mal ganz schnell unter und finden den Achso, noch weiter in Runden. Ähm, wir wollen uns doch ein bisschen Dings sparen. So, und tschüss. Ah, ja. Ich sage ja, das Level ist auch sehr lang, ne, 66 Minuten. Das ist mal was Besonderes für Duke, weil so lange haben wir für ein Duke-Level bisher nie gebraucht. Sonst eigentlich nur für besondere Doom-Level haben wir so lange gebraucht, aber Duke eigentlich bisher noch nie. Also das ist halt wirklich meine Besonderheit mit den 66 Minuten. Jo. Jo, dann bedanke mich fürs Zuschauen für dieses lange Level. Mit diesem Video hatte ich ja wieder ein bisschen mehr Skill aufgewiesen, ne. Der erste Part, der war ja schrecklich. Aber naja. Ich hatte da ja auch arge Probleme mit den ganzen Truppern, Munitionsprobleme, bla. Wie auch immer, das entschuldigt mich, das nicht auszuweichen. Aber egal. Wir haben jetzt direkt geschafft und dann sehen wir uns das nächste Mal mit der Queen wieder. Bis dann, bye bye.